So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal, Ram, es ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO, denn heute ist der zweite Tag vom XXL Community Day. Der geht ja eigentlich von 9 bis 21 Uhr, da sind auf jeden Fall die Spawns da, aber 14 bis 17 Uhr sind die Shinies erhöht und normalerweise ist ja die reguläre Zeit auch 14 bis 17 Uhr. Ich war mit Pupsi wieder unterwegs im englischen Garten, wir haben wieder eine Stunde gezockt, eine Stunde gestreamt, das kann man auf YouTube nachvollziehen. Der Stream ist jetzt online, wer da abends sagt, er lässt das mal nebenbei laufen so, war jetzt nichts Spektakuläres, es war halt wieder mal nichts los. Es war eher ruhig, es waren keine neuen Shinies da, es waren keine neuen Pokémon da, also es ist der Best-of, den man nimmt um Lücken zu füllen. Ich hatte eh den Eindruck, dass viele Leute den gar nicht gespielt haben, gemieden haben oder nur den ersten Tag gespielt haben für ihre Level-Ups. Gestern sind auch richtig krass viele Level-Ups drin gewesen, das waren bestimmt 30, 30, 40 Level-Ups für Hyperfreunde bei dem Habanero Free-to-Play-Account. Heute war genau ein Level-Up da und das war der Zören, the Postman, der hat nämlich gesagt, er kann erst am Sonntag, ich habe ihm dann noch ein Geschenk gegeben oder nee, er hatte noch eins. Er hat das aufgemacht, pünktlich 14 Uhr, das war das einzige Level-Up, was heute kam. Forschungen sah es halt heute auch mau aus, denn gestern gab es ja im Heute-Tab eine Forschung mit sechs Seiten, sechs Kapiteln, das war richtig cool. Dann gab es unten noch was für Entwicklungen und mit Entwicklungs-Items, das hat halt heute gefehlt. Dieses C-Day-Ticket, was man kaufen konnte für einen Euro, war gestern da mit vier Seiten, wo es eine Top-Lade-TM gab. Das war richtig cool, hat natürlich heute gefehlt. Was jetzt weitergegangen ist, ist hier zeitlose Reisen, das möchte ich mal abholen. Ich kann euch aber gar nicht sagen, was da für Aufgaben drin waren, das habe ich irgendwie gar nicht mitgekriegt. Hier gibt es 2500 EP, hier auch, hier 2500 Staub und hier gibt es nochmal einen Knurrsp, Staub und EP. So, damit wir auf die nächste Seite von dieser Season-Forschung kommen. Das ist ja diese saisonale, öffne zehn Geschenke, schicke zehn Geschenke, fange 20 verschiedene Arten von Pokémon. Das werde ich immer mal nebenbei fertig machen. Hier sind wir auf der Suche nach den anderen mysteriösen Dingern da. Meltan ist auch fertig, das holen wir irgendwann mal ab, wenn wir das nächste Mysteriöse abholen. Feldforschung, habe ich hier noch drei Sachen übrig, die ich abholen kann. Hier ist ein Fleckmon drin, das war ja eh wieder, fang einfach Pokémon vom Community Day 2023, von einem von den verschiedenen. Das ist relativ gut fertig geworden, immer wenn du mal einen Stop gedreht hast, diese Aufgabe bekommen hast, hast du dann eigentlich mit den nächsten zwei, drei Pokémon das voll gemacht. Gleichzeitig habe ich schon im Stream erwähnt, ihr seht es hier oben, es ist Vollmond. Es ist Vollmond im Spiel, extra zu den Sea Days. Was ist denn jetzt hier? Also extra zum Super Sea Day, dass ihr ein Ursa-Ring zu Ursa-Luna entwickeln könnt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das habe ich gestern gemacht. Das ist mir abends aber erst aufgefallen. Ich hatte mir mal ein Ursa-Ring rübergetauscht mit einem hohen Level, konnte das die ganze Zeit nicht entwickeln. Für mich war das noch ein Pokédex-Eintrag, den ich mir hätte holen wollen. Konnte ich gestern Abend dann machen. Wer also noch kein Ursa-Luna entwickelt hat, guckt mal rein, es ist noch Vollmond. Vielleicht könnt ihr eures noch entwickeln. So, jetzt haben wir hier was abgeholt. Die drei aus der Forschung, die drei werden wir ganz kurz mal bewerten, ob da noch was dabei ist. Ich sehe nichts. Dann gucken wir mal ganz kurz, ob heute ein vier Sterne dabei war, also ein hundertprozentiges. Da ist auch nichts dabei. Ihr müsst nicht jedes Pokémon, was ihr fangt, einzeln bewerten und dann wegschicken und so weiter. Ich sage immer, merkt euch nicht die Werte, das ist alles Quatsch. Spielt einfach und wenn ihr fertig seid mit Spielen und wollt wissen, ob ihr ein Hunderter habt, gebt einfach oben in der Pokémon-Suche vier und Sternchen ein. Das zeigt euch alle Perfekten mit 15, 15, 15. Da ist vom Sea Day nichts dabei. Wie sieht es jetzt mit Shinies aus? Wir haben wieder unser Spiel gemacht mit einer Stunde Laufen, Spazieren, Streamen. Ich gegen Pupsi. Gestern hat sie ja abgeräumt, hat mich blank gemacht. Sie hat das erste Shiny bekommen gestern. Sie hat das letzte Shiny vor 15 Uhr bekommen und sie hat die meisten Shinies insgesamt bekommen. Heute hat es gut gestartet, aber ihr seht schon, Heute war weniger los als gestern. Das erste Pokémon, was ich heute bekommen habe im Stream, war Froxy, was eigentlich cool ist. Wenn man Kajutsu betrachtet, das ist ja auch schwarz. Die Leute sagen, schwarz ist richtig dope. Ich habe schon gesagt, Raikwasa gefällt mir aber besser. Von der Shiny-Farbe her oder auch Glurak finde ich Kajutsu jetzt nicht so. Das ist so richtig matt. Gefällt mir nicht. So, das habe ich bekommen als allererstes. Damit war mir der Punkt da für das allererste Shiny. Pupsi hat dann abgeräumt, hat ein Shiny nach dem anderen gekriegt. Irgendwann kam mir dann ein Prakti-Balk rein. Da habe ich mich noch gefreut, obwohl das war ja ein CD, den ich trotzdem aktiv gespielt habe mit dem Account. Dann habe ich ein Milzer bekommen. Da hat sie schon drei, vier andere Milzer gehabt. Und dann war es das für mich eigentlich. Das heißt, Pupsi hat mindestens sechs Shinies oder so. Ich habe gerade mal drei Stück gehabt jetzt in der einen Stunde. Das ist nichts. Aber ich habe an sich auch nichts gebraucht. Ich habe immer zu ihr gesagt, so ein Mabula wäre vielleicht noch cool, weil er so eine schöne rote Farbe hat. Wir sind dann nach Hause gefahren. Ich habe meinen Gottscha während der Fahrt noch angehabt. Und jetzt sehe ich gerade, da ist ein Mabula im Bowl. Das heißt, dieses Mabula ist hier noch mit dem roten Ball gefangen worden. Vom Gottscha einfach nebenbei laufen lassen. Ich habe das Ding ja jetzt auch immer noch drum ausgestellt. Also gab es vier Shinies für mich heute. Aber eigentlich drei Stück in einer Stunde. Und gestern waren es halt mehr. Gestern habe ich nach 15 Uhr noch dieses Fleckmon bekommen. Da habe ich mich auch gefreut, weil ich gesagt habe, dieses Gelb gefällt mir richtig gut. Und bei dem Mabula eben das Rot. Das waren also diese zwei Dinger, die ganz cool sind. Aber so richtig brauchen tut man die halt nicht. Ein paar Eier sind aufgegangen. Die waren jetzt auch nicht so interessant. Da können wir mal gucken, wo haben wir denn neue XXS Pokémon bekommen. Hier steht Froxy und Praktibalk als ganz kleine Pokémon. Das ist richtig cool. 17.12. ist heute, genau. 17.12. ist auch heute. Haben wir auch XXL bekommen. Gestern hatten wir dieses Igamaru bekommen. XXL am 16. Ich konnte es leider nirgendwo setzen. Heute habe ich dieses Mabula bekommen. XXL. Man konnte es natürlich auch wieder nicht setzen. Denn die Showcases, die ich jetzt habe oder gefunden habe, sind Froxy, Felino und Quapsel. Froxy ist wieder einer auf Platz 1 mit irgendeinem über 1000. Da komme ich leider nicht hin. Ich möchte jetzt das, was hier sitzt, noch kurz wegfangen mit euch zusammen. Und dann ist das, glaube ich, schon alles, was man sagen konnte dazu. Also wir haben kurz den Ablauf erklärt. Okay. Wir haben euch gesagt, wie viele Shinies es gab, wer gewonnen hat. Sandra hat also gewonnen. Sie hat also zwei Punkte. Ich habe einen Punkt, weil ich hatte das erste. Sie hatte das letzte und die meisten. Sie hat also gestern und heute gewonnen. Jetzt fangen wir das hier noch alles weg, was hier so sitzt. Das mache ich ja immer. Ich finde es cool, wenn beim Zuhause sitzen und Video aufnehmen noch ein Shiny aufploppt. Dann kann man das nämlich gut ins Thumbnail reinarbeiten, wie da dieser Glitzer drumrum ist. Das sieht immer gut aus. Hier sitzt noch ein Quapsel. Da wird auch diese andere Aufgabe gleichzeitig mit voll. Also ich fand gestern ja schon, es war irgendwie zu viel, zu chaotisch, zu viel Durcheinander. Man wusste gar nicht, auf was man sich konzentrieren soll. Aber heute, ja, fand ich es nicht so schlimm mit dem Fangen von den Spawns her. Aber es war gefühlt halt einfach tote Hose. Auch im Stream, auch im Chat. Ich habe wirklich den Eindruck, dass viele Leute heute gar nicht gespielt haben. Henry hat auch gesagt, nee, er ist heute auch nicht losgegangen. Er spielt heute von zu Hause aus, so nebenbei ein bisschen, vielleicht ein Modul an oder irgendwas. Es war gestern anders. Gestern war gefühlt noch mehr Motivation da, weil die Leute auch gestern ihre Forschung noch hatten, die es heute auch nicht gab. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Irgendwas war noch. Jetzt habe ich es aber vergessen. Deswegen würde ich sagen, war es das schon von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out 4. Haut euer Ramses. Wir sind gespannt, ob jetzt im Januar wirklich Charnera kommt. Was ja geleakt wurde. Aber eigentlich nur... Naja, ein Gerücht ist. Ein Gerücht. Manchmal... Oh, da ist es. So, schon ist das Thumbnail da. Da ist das Thumbnail. Da ist ein Milzer noch hier erschienen. Das können wir nochmal kurz so drauf machen. Fertig. Und dann habe ich jetzt ein Milzer noch als Thumbnail hier dafür. Ausbeute. Nicht so krass trotzdem. Ich kann ja nicht mal sagen, dass es Spaß gemacht hat. Irgendwie hat es auch gar keinen Spaß gemacht heute. Es war halt alles so... Man hat wahrscheinlich den Tag von gestern noch in den Knochen gehabt. Es war wieder ein bisschen kühl. Gestern war es angenehmer. Pupsi ging es dann auch nicht so gut. Es war heute auf jeden Fall anders. Das war es von meiner Seite aus. Wie viele Shinies habt ihr heute bekommen? Was war euer Highlight? Heute hat es Spaß gemacht. Was denkt ihr? Was ist der Januar Sea Day? Wird es Charnera sein? Kommt noch was ganz anderes? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Heute Abend noch eine Premiere mit Samyang. Das müsst ihr gucken. Da habe ich wieder Bock drauf. Peace out for Haut. Euer Ramses.